Komm schon aber, solange wir noch die Jungs sind. Ja, ja, alles gut. Okay, 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 das kam unerwartet. Die haben mich wirklich gerade sehr tot gemacht. Meine lieben Zuckucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 245. Jo, wir sind immer noch in einer Feuerprobe. Komm schon, Rapper, solange wir noch die Jungs sind. Ja, 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 und dieser Typ geht mir auf die Nerven. Was ist das hier? Was finden wir denn jetzt hier schon wieder? Strahlungs, nehme mit. Munition, nehme auch mit. Komm her. Perfekt, danke. Ja, aber ansonsten war jetzt hier, hier war jetzt aber nix, gell? Kein Schlüssel, kein Gore-Nix. Nö. Huch, McReady, was machst du denn da? Also, hier ist noch ein Fusionskern. Oh, ich glaube, das war ein Fehler, oder? Nee. Ja, ich würde jetzt einfach mal annehmen, schon. Was wollen, was wollen die denn hier von uns? Okay, kriegen wir das auf? Das wäre irgendwie cool. Aber der will bestimmt, dass wir entweder hier lang oder da lang gehen. Okay, 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 okay. Können wir da oben hin? Ich glaube, dieses DLC, beziehungsweise diese Aktion hier, will uns ein bisschen verarschen. Die wollen uns trollen. Ja, siehste? Genau das. Machen wir nämlich dieses Tor mal auf. Ah, fast. Ah, auch fast. Na also. Cool. Was haben wir hier? Die Drohne. Sonst können wir hier nichts aufmachen. Schade eigentlich. Ah, okay, das war... Hm, das war eine Puppe. Ich dachte, da wäre irgendwas. Was passiert? Oh Gott, das ist nicht gut. Naja. Okay. Ist kein Problem. Okay, ist kein Problem. Hey, Bewacher. Du bist... Du bist eigentlich ganz cool, ja? Ich speichere mal zur Sicherheit. Okay. Okay, 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 das ist kein Problem. Können wir hier durch? Ja, hier geht's weiter. Okay, hier explodiert gerade alles. Keine Ahnung, wieso und weshalb. Macht aber nichts, wir gehen hier... Oh Gott. Okay, jetzt können wir hier so... Oh, fuck. Okay. Ja, ist kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Euch mach ich... Euch mach ich mit links platt. Kommt her. Ja, da kommt noch einer. Okay. Nein. Ah. Wirklich jetzt? Ich sage mal. Ich wollte gerade sagen. Cracks Plan. Äh, Cracks Plan. Gucken wir uns an. Ja, an sich schon. Aber wie komme ich da jetzt? Komme ich da jetzt wieder hoch? Also, da komme ich definitiv nicht mehr hoch. Scheiße. Okay. Dann müssen wir hier landen. Nein. Komm her. Ach, das ist doch scheiße. Ähm, wir sollten auf jeden Fall mal fix etwas essen. Einfach nur, dass wir hier nicht auf die Fresse gehen. Komm her. Das war sogar sehr gut. Das war sogar sehr gut. Cracks Plan. Cracks Plan wollten wir nachher gucken. Warte mal. Diverses. Moment, ich habe es gleich. Ich will mir das nur durchlesen. Ich will einfach alles mitkriegen, was hier so geht. Es ist schon irgendwie cool. So, warum ist Cracks Plan? Cracks Master Plan. Raiders Spielpark finden. Raiders kaputthauen. Besten Fleischsack machen. Sachen nehmen und gewinnen. Ja, wir kennen es nicht. Warte mal, wie war das? Wie war das von South Park damals? Äh, ach scheiße. Ich kriege das mit den Zipfelmützen. Mit dieser Folge kriege ich einfach gerade nicht mehr zusammen. Schade. Schade. So. Dann. Okay, was ist hier? Öffnen. Hahaha, ich wusste es. Ja, ich wusste es. Ich bin ja nicht ganz dämlich, ne? Jetzt, äh, fällt gerade auf. Die wäre doch eigentlich ganz nett. Ja, ja, alles gut. Okay, 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 okay. Okay, das kam unerwartet. Die haben mich wirklich gerade sehr tot gemacht. Scheiße. Haben sie gut gemacht. Shit. Aber dann können wir noch bestimmte Granate reinwerfen, damit wir... Ja, ich sag ja, dieses, dieses DC will uns trollen. Ohne Scheiß. So, warte mal, von wo kam ich? Von da. Komm. Einmal hier aufmachen. Ja, genau. So, ist kein Problem. Ich speichere ihn jetzt mal. Und dann, ich hab doch bestimmt ne Granate, oder? Was zum Zeug. Oh, fuck. Ich hab so schnell eine Tastrake gefehlt. Aha. Wir stich nicht auf eine kärzliche Explosion. Na, ich brauch das jetzt, McReady. Gehst du mal bitte? Weiter. Geh mal weiter, 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 weiter. Alter. So. Ja, genau. Mach ruhig. Ja, ja. Sonst war hier aber jetzt nix. Gut, jetzt werfe ich ja meine Granaten nicht weg. Geh hier nämlich einfach mal durch. Alter, das waren wirklich viele. So. Hi. Was wollt ihr hier von mir? Ja, jetzt werde ich ja auch noch... Krieg ich ja auch noch Stuff ab. Weg damit. Ach, bestimmt. Ja, gib mir ne Sekunde. Hab ich nicht noch ne... ne Maske dafür? Wie schön. Jetzt mal ehrlich, hab ich nicht ne Maske dafür? Das wär eigentlich ganz geil. Das ist die Frage, wo krieg ich das aus? Hier. Ah. Au. Oh, fuck. Okay, die Kakerlake ist... Batsch. Mann. Was hast du für uns? Raiderrüstung, Beweglichkeit plus Wahrnehmung. Geil. Nehme mit. So, können wir das jetzt... Können wir das jetzt hacken? Angenommen, ich hätte jetzt irgendwie... Kein Experten-Skill. Dann wären wir doch am Arsch, oder? Das kann aber auch nicht sein. Das kann nicht sein. Never. Die wird also vor... Das ist... Nee. Ah, Moment. Hier war was. So. Scheiße. Immer dieses Hackengälle. Fuck. Wo ist es? Wo ist es? Ach, Mann. Aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Pass auf. Arrested. Passt ja. Eintreffer. Ah. Ah. Oh. Mann. Wir kriegen das hin. Wirklich. Easy. Wir müssen es einfach nur oft genug probieren. Na also. So. Ähm. Generator-Status, Sicherheitstürsteuerung. Können wir die aufmachen? Tür öffnen. Das ist schon mal gut. Na komm. So. Dann haben wir hier Turbinen-Status überprüfen. Abgeschaltet. Scheiße. Generator-Status überprüfen. Fuck. Alle abgeschaltet an alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter. Es wurde uns mitgeteilt, dass einige Mitarbeiter der Nachtschicht den Park nach Betriebsschluss zu Vergnügungsswecken betreten haben. Dies ist schränkverboten und wird zu einer fristlosen Kündigung führen, falls es noch noch einmal geschieht. Personen, die den Park nach Betriebsschluss zum Arbeiten betreten, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen, sowie vollständig begleitet und nüchtern sein. Okay. Schade. Ich dachte, das wäre hier... Äh... Ich dachte, das wäre hier vielleicht einfach der... Das ist Leck. Aber... Das kriegen wir hin, oder? Oder haben wir... Ich habe so schnell gepackt, Rami gesehen, als die Sopfer. Moment. Ja. Okay. Okay, was war das? Na gut, nehmen wir mit. Keine Ahnung, was das... Oh. Ah. Ah. Ich hätte die Tür auch einfach so aufbrechen können, oder was? Na gut. Sei es drauf. Hier ist noch Passwort für... Okay, so viel dazu. So viel dazu. Die, äh... Fallout hat dran gedacht, die hätten auf jeden Fall was da gemacht. Weil ich hab mir schon... Ich dachte mir schon, das kann ja nicht sein, dass die... Dass man hier mit einem Hack-Skill irgendwie durch muss. Ne, das wäre zu komisch gewesen. Oh Gott. Okay, haben wir es jetzt geschafft, oder? Haben wir es... Nuka World-Wartungshäuschen. Komm, das ist doch eigentlich schon vielversprechend. Okay, okay, okay. Wieso ist... Wieso sind die denn so? Oh Gott. Die Ameise, die ist weg. Was haben wir hier? Kampfrüstung. Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken. Ah, das ist ja praktisch. Okay, das ist ja sehr praktisch. Okay, ich hab hier wirklich kein gutes Gefühl. Haben wir es jetzt geschafft eigentlich? Was war denn jetzt das Ziel genau? Überlebe die Feuerprobe. Haben wir doch gemacht jetzt, oder? Come on. Ah, ich kann grad nicht speichern, weil es automatisch schon speichert. Hm. Wo müssen wir hin? Hier lang. Also, weiter geht's. Okay, es geht immer noch weiter. Ach, ein... Ich bin fast am Ziel. Boah, Digga, das war scheiße. Das war richtig dumm. Ey! Sage mal, jetzt... Wollen sie hier mir aber auf den Sack gehen? Das ist ja gemein. Bei der Feuerprobe, Arschloch. Hallo? Ab, ab, ab. Okay, junger Räuber. Die halten viel aus, weil die wahrscheinlich auch nicht drauf gehen sollen. Hey, Ladies, du stehst den Weg. Ja, ich weiß, aber du stehst den Weg, Digi. So. Cola, Kassarina. Also, jetzt wird's hier aber auch abenteuerlich. Was haben die denn vor mit uns? Oh, je. Alter, Wahnsinn! Ihr wisst, was dieses Gehäuse bedeutet. Schwingt eure Ersche in die Kulakka. Der Haupt-Event fällt gleich an. Oh, je. Warte mal, was haben wir denn hier? Äh, Inventar... Moment. War grad'n sagen. Hä, aber warum? Ach so. Ja. Wartet mal. Äh, ich hab hier doch Stuff aufgenommen. Die kommt weg. Hab' ich sonst aufgenommen? Kalibriertes Ding weg. Brauchen wir nicht. Ich hab' zu viel Schrott wieder einstecken. Fuck. Hallo? Okay. Hast du mich schon angeschlossen, Gage? Ja, Boss. Ah, ja. Schalte jetzt den verdammten Alarm aus. Ja, bin schon dabei. Wo ist denn? Oh, Gott. Ist das ein Wortanzug? Wortanzug, hier eine kurze Erklärung, wie's läuft. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show. Okay. Auf Show, dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ach so. Oh, denkst du, du bist toll, weil du so weit gekommen bist? Tatsächlich. Denk nach. Gut, Gage. Lass ihn durch. Oh, ja. Ich hab' kein gutes Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Ja, super. Alles klar. Überlebe die Feuerwehr, betritt die Umkleide. Ähm. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir... Wollen wir das? Ja, doch, wir wollen das. Wir haben da richtig Bock drauf. Ja, komm. Fast. Ah, das war zu weit, glaub ich, ne? Ja, das war zu weit. Cool. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und das auch. Ach, du Scheiße. Ich hab' nur eine Minute. Okay. Geh' zur Sprechanlage an der Wand. Ich fass mich kurz. Okay, warum hilfst du uns jetzt? Wer spricht da? Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör' gut zu. Ja. Was für ne Sauerei. Okay. Gut, ich höre zu. Braver Junge. Ja. Sieh' mal. Du hast es so weit geschafft und bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Kapiert? Okay, und welchen? Overboss Coulter. Seine Powerrüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten. Kein einziger Kratzer. Verstehst du? Ja, super. Alles klar. Okay. Ähm. Wie kann ich ihn besiegen? Willst du gewinnen? Ich hab' ne Waffe in den Spinden versteckt. Hol' sie dir. Aber warum hilft er uns? Findet ihr die Waffe? Okay. Gesundheitszelle. Die Safe hier irgendwo versteckt. Äh, da unten. Ähm. Haben wir da? Bleirohr. Plasma-Kartusche. Die... Das Kaliber nehme mit. Kampfmesser brauchen wir nicht. Patrone, Patrone. Gesundheitszelle. Da unten ist er. Durstlich. Bingo. What the fuck? Wasser. 99 Prozent. What the fuck? Okay. Was? Okay. Hey, das ist kein Problem, aber. Okay. Alles klar. Oh, Moment. Was haben wir hier? Laserpistole. Bleibt das nochmal mit? Das auch? Das? Oh. War ja easy. Okay. Was ist mit dir noch? Ist das eine Wasserpistole? Ja, ja. Ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir einfach vertrauen. Okay. Oh, ich wollte schon immer so eine haben. Das war wirklich. So einen wollte ich schon immer haben. Wäre ein tolles Spielzeug für Sean gewesen. Ah, dann ist das dein Glückstag. Glückwunsch. Können wir jetzt weitermachen? Aber natürlich. Wenn das Wasser auf Coltas elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschluss. Okay. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Dir bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Achso, das heißt, wir müssen uns verpissen. Wenn du ihn nicht liest, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen. Okay. Let's go. Mit einem guten Wasserhaushalt ist der Kampf schon halb gewonnen, oder? Ja, keine Wahl. Richtig. Okay. Gut. Es ist soweit. Ich öffne die Tür. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich bin gespannt, Diggi. Ich bin wirklich gespannt. Oh, fuck, man. Betritt die... Ja, wir werden jetzt erstmal hier kurz nochmal das. Das brauchen wir nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Können wir hier nochmal das Klo? Oh, was ist das? Einfach nur mal speichern, wie immer. Schlafsäckchen jetzt hier auch nochmal schlafen. Eine Stunde pennen oder was? Okay. Ah, ja. Was ist das hier? Okay, aber ich verstehe... Hä? So, komm, mach mal hier auf. Danke. Ja. Damit. Jetzt haben wir hier den Superkleber. Aber was soll das jetzt hier sein? Ah. Ah, ja. Okay. Den Fusionskern. Haben wir den auf jeden Fall wieder mitgenommen. Das ist gut. Gehen wir weg. Danke. Was? Der Strom in der Arena ist 30% niedriger? Oh, weißt du das? Nicht schlecht. Ja, gelle. Gelle. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber... Oh, Minigarn brauchen wir nicht. Ach so, das meinen die mit umziehen. Ich verstehe. Alles klar. Ja, ich verstehe. Okay, dann haben wir das. Kann ich hier auch so einen Speicherstand machen? Safe, ne? Ja, müsste passen. Also, meine lieben Zugucker, dann... Mach ich jetzt hier einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part und gucken mal, was passiert. Wie sehen wir denn aus mit der Waffe? Hübsch. Oh, wunderbar. Also, in dem Sinne, passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein und bis denn. Und warum der Spruch da jetzt noch zu sehen ist, kann ich euch nicht sagen. Also, haut rein. Tschüss.